Stichwort auf einem Surface Gerät, freihand schnell mal eben starten. Viele nehmen einfach Word, wahrscheinlich aus Gewohnheit. Wahrscheinlich wegen dem Dinner 4 Format oder so. Ist ja auch okay, dann gehst du halt oben links auf Zeichnen und los. Wenn du jetzt aber Whiteboard genommen hast, darauf achten, dass aktiver Stift abgewählt ist. Sonst schiebst du die ganze Zeit nur das Blatt hin und her, kannst aber nicht zeichnen.